Denn wir starten direkt mit einem ersten Highlight. Traditionell zur Eröffnung des zweiten Tages ist der jeweils frisch gekürte Medaillenträger in der Pflicht und für uns die große Freude, uns einen Vortrag zu bieten. Und zwar zu einem, ja allein schon vom Thema her, super vielversprechenden, spannenden Frage. Es geht um Nebeneffektgüter, Frucht des Marktes, blinder Fleck der Volkswirtschaftslehre. Manchmal will man sagen, wenn es denn nur der einzige blinde Fleck wäre. Aber ich bin sehr gespannt. Gedo, dir gehört die Bühne. Ja, lieber Stefan, sehr verehrte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Unsere Hayek-Gesellschaft bereitet mir mit der Verleihung der Hayek-Medaille eine große Freude und Ehre. Trotz der lieben Worte von Stefan, mit denen er die gestrige Preisverleihung begründete, habe ich weiterhin Zweifel, ob ich sie überhaupt verdient habe. Denn nun werde ich auf einmal in eine Reihe gestellt mit vielen bedeutenden Vertretern des liberalen Denkens unserer Zeit. Ich habe mir dann die Liste der Preisträger der letzten Jahre angesehen. Und einfach nur unter den akademischen Lehrern sah ich viele, die ich seit langem für ihre Schriften geschätzt und bewundert habe. Zum Beispiel Martin Rohnheimer, Roland Faubel, Joachim Stabatti, das ist auch hier unser uns. Peter Bernholz, Charles Blankard, Israel Kürzner, Joffrey Brennan, Jesus Huerta de Soto und Erich Wedel. Erich Wedel ist auch hier. Jetzt hat mich Erich Wedel gestern beruhigt. Er hat gesagt, naja, er gibt jetzt seinen Preis nicht wieder zurück, wo ich den jetzt auch bekommen habe. Also auf jeden Fall bietet sich hier die willkommene Gelegenheit, diesen illustren Vorgängern für ihr Werk und auch für ihre Vorbildrolle zu danken. Ebenso danke ich von ganzem Herzen meinen akademischen Lehrern und Mentoren. Ohne Hans-Hermann Lechner, Claude Courtois, Hans-Hermann Hoppe, Lou Rockwell, Barry Smith, Bertrand Le Minichier, Philippe Nataf und Pascal Salin würde ich heute nicht vor Ihnen stehen. Herr Gerd Habermann hat mich aus Anlass der Preisverleihung um einen Vortrag gebeten. Als ich ihm den Titel nannte, der nun im Konferenzprogramm steht, schrieb er gleich sorgenvoll zurück, bitte denken Sie daran, dass die meisten unserer Mitglieder keine Berufsordnung sind. Das hat mich dann an eine gesellige Abendrunde erinnert, in der ein Freund meines Vaters zuvor gerückter Stunde unter dem Einfluss geistiger Getränke zahlreiche Blondinenwitze von sich gab. Irgendwann platzte seiner Frau, die neben ihm saß, platzte ihr der Kragen. Ah, ich bin auch eine Blondine. Worauf er unverfroren antwortete, also gut, dann erzähle ich den Nächsten ganz langsam. Das muss man erstmal haben, diese Schutzbar, das fehlt mir leider völlig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben leider Gottes in einer Zeit des Niedergangs, in der sozialistische Gesellschaftsentwürfe wieder gefeiert werden. Das alte Schlagwort von der sozialen und ökologischen Umgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft ist aus der Gruft, die es zu Anfang der 1990er Jahre verdientermaßen versunken war, mit großem Pomp wieder herausgekrochen. Heute beherrscht es nicht nur die Rhetorik der linken Vordenker, sondern prägt das Denken und Handeln von Regierungen, Ämtern, Universitäten, Redaktionen und selbst von Konzernen der Privatwirtschaft. Wie konnte es dazu kommen? Die Gründe sind Ihnen bekannt, sie sind zahlreich und vielschichtig und ich werde mich daher hier auf die intellektuelle Seite konzentrieren. Nach dem Zusammenbruch des Sowjetsozialismus sind die linken Vordenker nicht lange in der Schockstarre verblieben, sondern bald schon zum Gegenangriff übergegangen. Schon lange vor 1989 hatten sie es aufgegeben, die vermeintlichen wirtschaftlichen Vorzüge der zentralen Planwirtschaft zu preisen. Zu offensichtlich war der praktische Misserfolg zumindest für all diejenigen, die mit offenen Augen die östlichen Länder bereisten und sich nicht auf die zahlreichen verfälschten Statistiken verließen, die seinerzeit im Umlauf waren. Die Argumentation der neuen Sozialisten hatte eine andere Stoßrichtung. Sie zielte auf die schädlichen Begleiterscheinungen des Kapitalismus, auf seine vermeintlichen negativen Externalitäten. Die unbehinderte Marktwirtschaft führe zum moralischen Verfall der Gesellschaft und zur Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Es sei daher nicht statthaft, der wirtschaftlichen Freiheit das Wort zu reden. Das freie individuelle Handeln und das freie Miteinander auf der bloßen Grundlage von Treu und Glauben und in den bloßen Grenzen des privaten Eigentums führten in die moralische und ökologische Katastrophe. Diese Stoßrichtung erhielt dann im Jahre 2009 noch weitere Schützenhilfe aus ganz unerwarteter Richtung. Papst Benedikt XVI. veröffentlichte eine Enzyklika mit dem Titel Caritas in Veritate. In dieser Schrift unterstricht der Heilige Vater das Prinzip der Unanglässigkeit, das nach seinem Dafürhalten im heutigen Wirtschaftsleben nicht zur vollen Entfaltung gelange. Der Papst argumentierte, dass sich dieses Prinzip in den göttlichen Gaben der Liebe und Wahrheit manifestiere, ohne die menschliches Leben und echte Brüderlichkeit überhaupt nicht möglich sein. Er wies darauf hin, dass das Prinzip der Unanglässigkeit auch das Wirtschaftsleben prägt und viel gründlicher als heute gestalten würde, wenn man ihm nur die Möglichkeit gäbe, sich ungehindert zu entwickeln. Und er rief alle Menschen guten Willens auf, die große Herausforderung anzunehmen, ich zitiere ihn hier, im Denken und Verhalten zu zeigen, dass in den wirtschaftlichen Beziehungen das Prinzip der Unanglässigkeit und die Logik der Gabe als Ausdruck der Brüderlichkeit ihren Platz im normalen Wirtschaftsleben finden können und müssen. Caritas in Veritate entfaltet dieses Thema in einigen Details. Die Botschaft ist stark und klar, was die spirituelle Dimension des Prinzips anbelangt. Sie ist weniger überzeugend, sobald der Heilige Vater sich der Anwendung in der Wirtschaft zuwendet. Dort finden wir Aussagen wie die folgende. Ich zitiere ihn wieder. Es bedarf eines Marktes, auf dem Unternehmen mit unterschiedlichen Betriebszielen frei und unter gleichen Bedingungen tätig sein können, neben den gewinnorientierten Privatunternehmen und den verschiedenen Arten von staatlichen Unternehmen, sondern auch die nach wechselseitigen und sozialen Zielen strebenden Produktionsverbände einen Platz finden und tätig sein können. Aus ihrem Zusammentreffen mit dem Markt kann man sich erhoffen, dass es zu einer Art Kreuzung und Vermischung der unternehmerischen Verhaltensweisen kommt und dass in der Folge spürbar auf eine Zivilisierung der Wirtschaft geachtet wird. Liebe in der Wahrheit, also Caritas in Veritate, bedeutet in diesem Fall, dass jenen wirtschaftlichen Initiativen Gestalt und Struktur verliehen wird, die den Gewinn zwar nicht ausschließen, aber über die Logik des Äquivalenzprinzips und des Gewinns als Selbstzweck hinausgehen wollen. Ende des Zitats. Es liegt auf der Hand, wie diese Darlegungen im Sinne der Sozialingenieure und Sozialklempner, wie Roland Bader sie nannte, ausgelegt werden können. Hier wird ganz offensichtlich das Gewinnstreben in Abrede gestellt und dem sozialen Wirtschaften, also dem nicht gewinnstrebenden Wirtschaften, eine Lanze gebrochen. Nur Letzteres könne zivilisierend wirken, also den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Brüderlichkeit stärken. Das gewinnorientierte Unternehmertum vermag dies nach dem Dafürhalten des Papstes scheinbar nicht. Denn es ist in der Logik des Äquivalenzprinzips befangen. Dort, wo Gleiches mit Gleichem vergolden wird, oder doch zumindest vergolden werden sollte, dort hat die Unentgeltigkeit ganz offensichtlich keinen Platz. Aber wenn der nun so wäre, wie soll dann jene Zivilisierung der Wirtschaft vorangebracht werden? Papst Benedikt erklärt es uns nicht. Er spielt den Ball einfach weiter, und das ist halt eben die, was man in einer Enzyklika macht, indem er die Gläubigen und alle anderen Menschen guten Willens auffordert, dieses Problem zu lösen. Er schrieb, ich zitiere ihn wieder, Vor uns liegt eine große Herausforderung. Wir müssen in unserem Denken und Handeln nicht nur zeigen, dass die traditionellen sozialethischen Prinzipien wie die Transparenz, die Ehrlichkeit und die Verantwortung nicht vernachlässigt oder geschwächt werden dürfen, sondern auch, dass in den geschäftlichen Beziehungen das Prinzip der Unentgeltigkeit und die Logik des Geschenks als Ausdruck der Brüderlichkeit im normalen wirtschaftlichen Leben Platz haben können und müssen. Mein heutiger Vortrag befasst sich mit genau dieser Frage. Die gegebenere Redezeit erlaubt es nicht, eine umfassende Antwort zu geben, aber ich werde zunächst anhand einiger Beispiele darlegen, wie und warum in den geschäftlichen Beziehungen das Prinzip der Unentgeltlichkeit im normalen wirtschaftlichen Leben Platz hat. Anschließend lege ich da, warum diese grundlegende Tatsache in Lehre und Forschung der Standardökonomie nicht genügend berücksichtigt wird und zum Abschluss stelle ich einige Überlegungen zum Einfluss des Staates vor. Sehr viel mehr Einzelheiten finden sich in meinem demnächst erscheinenden Buch mit dem Titel Die Wirtschaft und das Unentgeltliche. Es gibt im normalen menschlichen Leben zahlreiche unentgeltliche Güter. Das betrifft nicht nur Liebe, Freundschaft und Leben. Unentgeltlich sind auch Sonnenschein, Wind, Fotosynthese und die Fruchtbarkeit des Bodens. Unentgeltlich sind die Gesetze der Natur, der Logik und der Mathematik. Selbst wenn wir die wirtschaftlichen Güter betrachten, die der Mensch im Schweiße seines Angesichts erzeugen muss, werden sie recht häufig ohne die geringste Gegenleistung erbracht und von anderen erhalten. Man denkt an Essen und Kleidung für kleine Kinder, an Hilfe für Behinderte und gebrechliche Senioren, an religiöse Feiern, Geburtstagsfeiern, Wohltätigkeit, Erbschaften, öffentliche Schulen, öffentliche Gesundheitsvorsorge und so weiter. Außerdem gibt es eine große Klasse von unentgeltlichen Gütern in der Form von Nebeneffektgütern, meinem heutigen Thema. Von diesen Gütern ist nicht häufig die Rede, wenn die Vor- und Nachteile des Kapitalismus zur Sprache kommen. Och, und doch scheint mir eher da sein, einer der größten Vorzüge freier Gesellschaften zu sein. In der Tat schwimmt eine freie Gesellschaft geradezu im unentgeltlichen Überfluss. Das ist nicht nur so, weil sie unvergleichlich produktiver ist, als die mickrigen Wirtschaften mit Zentralplan und somit mehr Geld und Zeit spenden kann. Sondern auch und vielleicht vor allem, weil es bei freier Gesellschaft und dem freien Markt unvergleichlich mehr Nebeneffektgüter gibt. Tag um Tag verschafft jeder von uns zahlreichen anderen Menschen verschiedene Vorteile, zum Teil auch materielle Vorteile, ohne dass wir dafür bezahlt werden oder eine Bezahlung auch nur wünschen würden. Das ist zum Beispiel immer schon dann der Fall, wenn wir die Wahrheit sagen oder das Gesetz beachten. Natürlich tun wir das aus verschiedenen Gründen, von denen einige durchaus egoistisch sind, weil uns die Behörden vom Hals erhalten. Wir wollen ehrenwerte Damen und Herren sein, wollen gesellschaftsfähig bleiben, wollen uns die Achtung unserer Kinder und Freunde erhalten. Aber das ändert nichts an drei grundlegenden Tatsachen, dass wir nämlich erstens durch unser Handeln anderen Menschen handfeste Vorteile verschaffen, dass wir ihnen zweitens diese Vorteile in der Regel vollkommen unentgeltlich verschaffen und dass wir drittens diese Vorteile für andere in den meisten Fällen überhaupt nicht in Betracht ziehen, dass uns bei unserem Handeln nur auf die Vor- und Nachteile in Bezug auf unsere eigene Person oder vielleicht in Bezug auf unsere Familie ankommt. Heben wir diesen letzten Punkt noch weiter hervor. Solche unentgeltlichen Vorteile für andere entstehen spontan. Sie entspringen unserem Handeln gewissermaßen als Nebenwirkungen, auch wenn sie nicht unbedingt geplant oder gewünscht sind. Wir wollen sie daher Nebenwirkungsgüter oder Nebeneffektgüter nennen. Friedrich August von Hayek hat im Rückgriff auf die schottische Aufklärung immer wieder auf die große Bedeutung der Nebenwirkungen des menschlichen Handelns hingewiesen. Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Fortschritt ist nach seinem Dafürhalten zum großen Teil des Ergebniss menschlichen Handelns, aber nicht menschlichen Entwurfs. Nebeneffektgüter zeigen sich insbesondere auch im Fall von Beispielen. Während das menschliche Lernen nicht unentgeltlich ist, sondern mit Zeitopfern und Geldausgaben verbunden ist, sind die Beispiele, die uns die Natur und andere Menschen bieten, in der Regel unentgeltlich. Einige Beispiele sind natürlich keine Nebeneffektgüter, sondern Geschenke. Die moralische Erziehung von Kindern erfolgt durch das gute Beispiel der Eltern. Letztere bemühen sich bewusst darum, sich vor ihren Kindern gut zu benehmen. Solche Bemühungen sind also Geschenke an die Kinder. Die Beispiele, die ein Dozent gibt, sind auch keine unentgeltlichen Güter. Also die Beispiele, die ich ihnen gebe, die werden mit dem Vortrag vergütet. Aber viele andere Beispiele sind nicht als Geschenke gedacht. Und sehr oft werden sie geradezu gegen den Willen derjenigen gegeben, aus deren Handeln sie entspringen. Alle Unternehmer verschaffen der Außenwelt kostenlos gute und schlechte Beispiele, sofern ihre Aktivitäten in irgendeiner Weise für die Außenwelt sichtbar sind. Zu beobachten, was die Konkurrenten tun, die Erfolgreichen zu imitieren und die Misserfolge der anderen zu vermeiden, das ist Brot und Butter des Wettbewerbs in allen Lebensbereichen. Ein weiteres wichtiges Nebeneffektgut ist in den Werteffekten von Tauschgeschäften zu sehen. In den Wirtschaftswissenschaften lernen Erstsemester die Begriffe Konsumentenrente und Produzentenrente. Die meisten Verbraucher zahlen für die von ihnen gekauften Güter nicht ganz so viel, wie sie unter anderen Umständen zu zahlen bereit gewesen wären. Sie erzielen somit eine sogenannte Konsumentenrente. In ähnlicher Weise erhalten die meisten Produzenten einen höheren Preis als den, den sie unter schlechteren Wettbewerbsbedingungen, wenn auch zähneknirschend, hingenommen hätten. Sie erzielen eine Produzentenrente. Dieses Phänomen betrifft jedoch nicht nur den Tausch von Konsumgütern. Es ist ein allgemeines Merkmal aller Tauschvorgänge. Wenn Schmitt seinen Apfel gegen Schultes Birne tauscht, dann bedeutet dies, dass Schmitt die Birne dem Apfel vorzieht, während Schulte den Apfel der Birne vorzieht. Beide Seiten profitieren von diesem Geschäft. Beide Seiten enthalten einen unentgeltlichen Vorteil. Der springende Punkt ist, dass die getauschten Güter nicht den gleichen Wert haben können. Der Apfel kann nicht den gleichen Wert haben wie die Birne und die Birne kann nicht den gleichen Wert haben wie der Apfel. Vielmehr kommt dem Apfel-Birnentausch ein persönlicher Wertunterschied zum Tragen. Der Preis, den der Käufer zahlt, ist für ihn immer weniger wert als die Ware, die er wirbt. Und die beiden Waren haben für jeden der beiden Tauschpartner einen unterschiedlichen persönlichen Wert. Das sind also die Werteffekte von Tauschgeschäften, unentgeltliche Elemente, die in jedem Tauschvorgang präsent sind. Diese Werteffekte sind unter Ökonomen gut bekannt. Aber die meisten Nicht-Ökonomen denken, dass die getauschten Güter gleichwertig sind beziehungsweise idealerweise gleichwertig sein sollten. Diese Sichtweise finden wir zum Beispiel in der Enzyklika Caritas in Veritate. Wir gesehen haben, unterstellt Benedikt XVI. hier, dass ein gerechter Tausch ein Tausch von gleichen Werten ist. Dieses Gleichwertigkeitspostulat, wie wir es nennen wollen, wird nicht in allen Einzelheiten dargelegt. Es ist implizit und schimmert in verschiedenen Äußerungen durch, vor allem in einer Passage, die wir einleitend zitiert haben, wo der Heilige Vater die innere Logik eines Marktausches zu einer Logik des Äquivalenzprinzips herabsetzt. Abschließend noch ein weiteres Beispiel. Die Nebenwirkungen des Sparens und Investierens. Wenn mehr Ersparnisse investiert werden, wird Kapital weniger knapp, als es sonst gewesen wäre. Das Kapitalangebot wird weniger knapp. Infolgedessen wird die Entlohnung des Kapitals am Markt in Form von Zinsen und Gewinnen tendenziell sinken. Da auf dem Markt alle Einheiten desselben Gutes tendenziell mit demselben Preis vergütet werden, das ist das Gesetz des einheitlichen Preises, werden alle Kapitaleinheiten, alte und neue, tendenziell weniger vergütet als zuvor. Und dies bedeutet im Allgemeinen, dass der Anteil des Gesamteinkommens, der von den Kapitaleigentümern erwirtschaftet wird, im Verhältnis zu dem Anteil, der von denjenigen erwirtschaftet wird, die Arbeitsleistungen überbringen, sinkt. Mit anderen Worten, während die Sparer auf ihren eigenen laufenden Konsum verzichten und die Ungewissheit der Investitionen tragen, kommen die Vorteile weitgehend anderen Marktteilnehmern zugute. Wenn die Ersparnisse steigen, erwirtschaftet das Kapital in der Regel immer noch eine Rendite, aber jedenfalls weniger als zuvor. Die Sparer werden immer noch entlohnt, aber sie ernten nicht alle Früchte, die sie gepflanzt haben. Ein großer Teil des Nutzens kommt denjenigen zugute, die nichts zur Steigerung der Produktivität ihrer eigenen Arbeit beigetragen haben. Es ist der durch das Sparen induzierte Prozess der Kapitalakkumulation, der ihnen unentgeltlich wirtschaftliche Güter zur Verfügung stellt. In vielen Fällen sind solche sparbedingten unentgeltlichen Leistungen ein dauerhaftes Vermächtnis zum Vorteil der nachfolgenden Generationen. Die Entwässerung von Sümpfen, der Bau von Gebäuden und Straßen und alle intellektuellen Errungenschaften früherer Generationen bringen den Lebenden über Generationen hinweg unentgeltliche Vorteile. Wir sind sozusagen Trittbrettfahrer auf dem Planken, die unsere Vorfahren gelegt haben. Oder in den Worten von Ludwig von Mises sind wir die glücklichen Erben unserer Väter und Vorväter. Wir haben soeben anhand einiger Beispiele gesehen, wie und warum das Prinzip der Unentgeltlichkeit im normalen wirtschaftlichen Leben Platz hat. Diese Tatsache ist von der allergrößten praktischen Bedeutung. Sie stellt einen ganz wesentlichen Vorteil einer jeden freiheitlichen, auf privaten Eigentumsrechten beruhenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung dar. Man sollte daher meinen, dass sie auch eine entsprechende Rolle in der volkswirtschaftlichen Lehre spielen würde. Genau das ist allerdings nicht der Fall. Vielmehr werden die zahlreichen unentgeltlichen Güter, in deren Genuss die Teilnehmer einer Marktwirtschaft tagtäglich geraten, praktisch vollkommen ausgeblendet. Warum ist das so? Aus Zeitgründen will ich hier nur auf den wichtigsten Grund zu sprechen kommen. Dieser Grund ist die aristotelische Theorie der Gerechtigkeit, die das westliche Denken und vor allem auch die Volkswirtschaftslehre bis auf den heutigen Tag geprägt hat. Aristoteles erklärt in der nikomachischen Ethik, Kapitel 5, dass ein gerechter Tausch, ein Tausch gleicher Werte sei. Wenn ich ein Brot in gerechter Weise um den Preis von 3 Euro errabe, dann haben beide Tauschgüter den gleichen Wert. Der Wert des Brotes ist gleich dem Wert der 3 Euros. Das ist die Logik des Äquivalenzprinzips, die wir bereits genannt hatten. Papst Benedikt zufolge ist jeder gerechte Markttausch seinem ganzen Wesen nach immer und überall ein Tausch gleicher Werte. Wenn dem nun so wäre, dann könnte es durch ein gerechtes Marktgeschehen in der Tat könnten in einem gerechten Marktgeschehen keine Güter unentgeltlich übermittelt werden. Alle Güter, die im Tausch empfangen werden, werden auch durch gleichwertige Preise entlohnt. Der Markt wäre somit im Hinblick auf die Unentgeltlichkeit steril. Um dem vom Papst besporenen Prinzip der Unentgeltlichkeit Geltung zu verschaffen, müsste dieses dem Marktgeschehen durch geeignete Maßnahmen gewissermaßen von außen aufgestülpt werden. Was aber hat Aristoteles mit der heutigen Volkswirtschaftslehre zu tun? Eine ganze Menge. In der Geschichte des ökonomischen Denkens gab es zahlreiche Entwicklungen, Wendungen und zum Teil auch Revolutionen. Aber das aristotelische Gleichwertigkeitsprinzip hat sie immer wieder überlebt. Es zeigt sich beispielsweise in der Preisteorie Adam Smiths, die auf dem Gedanken beruhte, dass der Wert von Produkten aus ihren Produktionskosten entspringt. Also im Gleichgewicht gibt es auch hier keine Unentgeltlichkeit im Produktionsvorgang, sondern der Wert der Produkte ist immer gleich dem Wert der dabei zum Einsatz kommenden Produktionsfaktoren. Es zeigt sich ebenso auch im heutigen neoklassischen Modell des reinen und vollkommenen Wettbewerbs. Auch diesem Modell zufolge ist der wettbewerbliche Gleichgewichtspreis, also der Produktpreis, exakt gleich dem Preis aller Produktionsfaktoren. Auch hier keine Unentgeltlichkeit. Das setzt natürlich voraus, dass alle Produktionsfaktoren überhaupt entlohnt werden. Im Idealfall sollten daher alle Güter, die keine Geschenke sind, angemessen entlohnt werden. Für jedes von ihnen sollte es einen Markt geben. Das ist das Postulat vollständiger Märkte. Idealerweise sollte jeder den Gegenwert dessen zahlen, was er erhält. Es sei denn, er erhielt es geschenkt. Im heutigen Wirtschaftsjargon wird dieses Ideal als der erste Hauptsatz der Wohlfahrtsökonomie bezeichnet. Also grundlegend für die Wohlfahrtsökonomie. Alle Güter haben Märkte. Alle Güter werden ihrem Wert entsprechend entlohnt. Nun stimmt die Wirklichkeit mit diesem Modell nicht überein. Wirtschaftliche Güter werden zumeist über oder unter den Kosten hergestellt und verkauft. Ein offensichtlicher Fall sind die sogenannten positiven Externalitäten im Alltagsdeutsch bekannt als Trittbrettfahrerei. Wenn beispielsweise ein Ladenbesitzer einen Wachdienst beschäftigt, der auf dem Bürgersteig vor seinem Geschäft für Sicherheit sorgt, so dient er auf diese Weise nicht nur seinen eigenen geschäftlichen Interessen, sondern auch allen benachbarten Läden und den Passanten, ohne dass er von diesen Nutznießern eine Entschädigung erwarten könnte. Solche Fälle des Trittbrettfahrens werden nun in der ökonomischen Neoklassik als Marktversagen angesehen. Sie werden somit aus dem normalen und gesunden Marktgeschehen heraus definiert. Sie sind eine pathologische Erscheinung, die es durch staatliches Handeln zu bekämpfen gelte. Mehr als jedes andere Element des modernen Wirtschaftsdenkens hat diese Theorie die Ökonom für einen der größten Vorteile des Marktprozesses blind gemacht. Anstatt die Tatsache zu würdigen, dass der Austausch auf dem Markt zahlreiche und bedeutende unbezahlte Vorteile sowohl für die Austauschpartner als auch für unbeteiligte Dritte mit sich bringt, haben Ökonomen diese Eigenschaft verunglimpft und sogar versucht, sie durch staatlichen Zwang zu korrigieren. Nun will ich abschließend in der gebotenen Kürze auf die Folgen zu sprechen kommen, die aus staatlichen Eingriffen für die Wirtschaft unengedlicher Güter entstehen. Dem Wohlfahrtsstaat ist es bekanntermaßen möglich, seinen Schützlingen Güter unengeldlich zu verschaffen. Aber die Finanzierung dieser Güter erfolgt durch Zwangszahlungen an den Staat und daraus entspringen negative Folgen für das Realeinkommen aller Marktteilnehmer. Es ist also fraglich, ob der Wohlfahrtsstaat die materielle Wohlfahrt seiner Schützlinge fördert. Und aus ökonomischer Sicht ist es jährlich so, auf lange Sicht nicht kurzfristig ist es durchaus möglich. Unser Problem ist in der Tat, dass wir nur eine kurzfristige Politik verfolgen, die kann also kurzfristig funktionieren, auf ein Jahr ist es genau wie bei den Zentralbanken, auf ein Jahr kann das alles funktionieren. Langfristig funktioniert es jetzt eben nicht, sondern bringt in der Regel das genaue Gegenteil mit sich. Klar ist hingegen, dass der Interventionismus einen negativen Einfluss auf privatwirtschaftliche Spenden hat. Staatliche Eingriffe schwächen nicht nur die Spendenfähigkeit durch ihren negativen Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Produktion, also durch den negativen Einfluss auf die Realeinkommen, sondern auch die Spendenbereitschaft. Dabei spielt die staatliche Geldpolitik eine weiterhin verkannte, aber besonders wichtige Rolle. Denn die aus der Notenpresse finanzierte Stabilisierung der Finanzwirtschaft führt dazu, dass der Sättigungsprozess der Kapitalakkumulation außer Kraft gesetzt wird. Was ist dieser Sättigungsprozess? Ohne staatliche Eingriffe würde die Kapitalrendite sinken, wenn bei wachsendem Vermögen immer mehr Kapital investiert wird. Dieser Rückgang könnte zwar ganz oder teilweise durch eine größere finanzielle Hebelwirkung bei niedrigen Zinsen ausgeglichen werden, doch würden die meisten Anleger die Hebelwirkung meiden, da sie auch Liquiditäts- und Insolvenzrisiken erhöht. Daher führt die Kapitalakkumulation unter normalen Umständen zu immer niedrigeren Kapitalrenditen. Die Verwendung von Ersparnissen als Kapital wird zunehmend entmutigt und immer mehr Ersparnisse landen in Spenden und anderen gemeinnützigen Verwendungen. Das ist die natürliche Tendenz einer freien Marktwirtschaft. Die freie Marktwirtschaft führt zu immer weiter gegen Vermögensaufbau, Kapitalakkumulation. Das Kapital wird immer schlechter entlohnt, weil es immer reichhaltiger wird, nicht dass der relative Wert des Kapitals sinkt. Und aufgrund dessen werden weitere kommerzielle, geschäftliche Verwendungen von Vermögen immer mehr ermutigt und nicht geschäftliche Verwendungen von Vermögen werden ermutigt. Das ist natürlich in den meisten Fällen, verschönern die Leute ihr Haus, kaufen sich ein Grundstück mit einem größeren Garten, das sind durchaus eigennützige Verwendungen weiterhin, aber es gibt halt eben den Überfluss, der auch altruistischen Verwendungen zufließt, in immer größerem Maße. Doch diese natürlichen Tendenzen verkehren sich in ihr Gegenteil, wenn die Währungsbehörden finanzielle Hebelstrategien aus der Notenpresse und mit Steuergeldern subventionieren. Und das ist genau heute der Fall. Wenn sie Kredite zu niedrigen Zinssätzen ausreichen und außerdem Investoren retten, die kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stehen, dann werden die natürlichen Grenzen gehebelter Investitionen zerstört und der Sättigungseffekt der Kapitalakkumulation verschwindet. Die Behörden stellen auf diese Weise eine Rationalitätsfalle auf. Das heißt also, sie schaffen Anreize dafür, sie so zu verhalten, wie es aus individueller Hinsicht richtig erscheint, aber diese individuelle Hinsicht steht jetzt im Konflikt mit dem Wohlergehen des Gesamtsystems, der Gesamtordnung, was bei freiem Markt nicht der Fall ist. Die Sparer bzw. die Investoren haben nun materielle Anreize, ihre gesamten persönlichen Ersparnisse in Kapital zu verwandeln. Obwohl sie immer weniger sparen, werden sie dafür belohnt, dass sie einen immer größeren Teil dieser verminderten Ersparnisse in gewinnorientierte statt in nicht gewinnorientierte Projekte investieren. Hinzu kommt, dass die staatlichen Eingriffe in die Währungsordnung die unentgeltlichen Nebeneffektgüter des Marktprozesses außer Kraft setzen und zum Teil in ihr Gegenteil verkehren. Vorhin habe ich darauf hingewiesen, dass Sparer bei Unbehinderten mag geschehen nicht alle Früchte ernten, die sie gepflanzt haben. Ein großer Teil ihres Sparfleißes kommt Arbeitnehmern zugute, die nichts zur Steigerung der Produktivität ihrer eigenen Arbeit beigetragen haben. Es ist der durch das Sparen induzierte Prozess der Kapitalakkumulation, der diesen abhängig Beschäftigten unentgeltliche Güter zur Verfügung stellt. Anders liegen die Dinge, wenn infolgestaatliche Eingriffe die Geldmenge ständig so weit aufgebläht wird, dass daraus positive Preisinflationsraten entspringen. Genau das war seit dem Zweiten Weltkrieg immer der Fall. Und vorher übrigens nicht. Vorher gab es ständige Preiserhöhungen, es gab es nicht, es gab dann temporäre Preiserhöhungen bei Kriegszeiten. Erster Weltkrieg, andere militärische Konflikte zuvor, da wurde das Geld, die Währungsordnung außer Kraft gesetzt, es wurde Fiat-Geld, Papiergeld in Umlauf gebracht und dann stiegen, während der Kriegszeit, stiegen die Preise. Sobald Frieden wieder eintrat, wurde diese Politik nicht mehr fortgeführt und es kam dann zur normalen Tendenz, die halt eben bei stabilen Preisen oder sinkenden Preisen lag. Diese ständige Preisinflation führt dazu, dass möglichst alle Geldersparnisse investiert werden. Denn man kann ja nun nicht mehr Geld auf dem Konto liegen lassen. Und bei der Investition kommt es zu einer Verschiebung der relativen Wertschätzung von Arbeit. In einem preisinflationären Umfeld verliert die menschliche Arbeit im Vergleich zu langlebigen materiellen Gütern tendenziell an Bedeutung. Ihr subjektiver Wert nimmt in den Augen aller Marktteilnehmer ab. Der Grund ist, dass die Arbeit ein nicht haltbares Gut ist. Es ist sogar das nicht haltbare Gut par excellence. Arbeit kann eben nicht gelagert und in die Zukunft transportiert werden. Und daher hilft es nicht bei der Flucht in die Sachwerte, die eintritt, sobald es zu ständiger Preisinflation kommt. Umgekehrt steigen nun die Preise von Immobilien und Aktien relativ zu dem Preis, den sie ohne Preisinflation gehabt hätten und auch relativ zu den Preisen aller weniger langlebigen Güter und insbesondere zur Arbeit. Somit lässt sich sagen, dass die Geldpolitik der Nachkriegszeit einen Teil der unentgeltlichen Vermögenseffekte zerstört hat und das zulasten aller Menschen, die in erster Linie von ihrer Arbeit leben. Ich komme zum Schluss. Wie wir sahen, ist eine freie Wirtschaft von verschiedenen Formen unentgeltlicher Güter geradezu durchdrungen, die sich als Nebeneffekte von Handlungen einstellen, die nicht direkt oder auch gar nicht darauf abzielen, anderen Menschen irgendwelche Güter kostenlos zu verschaffen. Insbesondere der wettbewerbliche Marktprozess selbst ist eine wichtige Quelle solcher Nebeneffekte, die vor allem aus dem Sparen und aus dem Preisbildungsprozess resultieren. Hingegen können Staatsangriffe keine wirklich unentgeltlichen Güter erbringen. Selbst der Wohlfahrtsstaat, das ist halt die Standard-liberale Kritik und sie ist richtig, der Wohlfahrtsstaat erbringt letztendlich nicht wirklich unentgeltliche Güter, weil alles, was der Staat weiter erreicht, anderen Leuten zuvor entwendet worden ist. Das sind also Räubergeschenke, so eine Art Beuteteil. Das ist nie wirkliche Großzügigkeit. Das ist vollkommen anders als im Falle einer privaten Spender. Staatliche Eingriffe behindern auch die private Wirtschaft des Schenkens, fordern den Missbrauch von Geschenken und erleichtern die künstliche und erzwungene Privatisierung von Nebeneffektgütern. Diese Schlussfolgerungen sind nach den Maßstäben des heutigen Stands der Wissenschaft einigermaßen originell. Diese Originalität ist jedoch größtenteils darauf zurückzuführen, dass die meisten Autoren, die sich zu diesen Fragen äußern, die Nebenwirkungen des Marktausches und insbesondere das Wesen und die Auswirkungen staatlicher Eingriffe entweder gar nicht oder schlecht kennen. Viele von Ihnen glauben, dass wirtschaftliche Freiheit zu Verantwortungslosigkeit, Gleichgültigkeit, Kaltherzigkeit und schroffem Individualismus führt. Und es besteht kein Zweifel daran, dass wir diese Probleme in unserer heutigen Welt reichlich antreffen. Aber wirtschaftliche Freiheit ist nicht ihre Ursache. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.